hallöchen und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die hallo jasmin bist du bereit da ist schon zum zombie hau ich was auf die fresse oder kann ja nicht ab da das ist my property hier wo der sich um lasst ja das eine leere sein ja da aber noch glück gehabt ne stellen wir vorher die polizei gerufen da ein bisschen kaputt im kopf oder ich ja ein bisschen so wollen wir den los stratsen ja ein moment ja ich will nur mal was gucken wenn ich den hier weg habe ja das so hinhaut wie ich das will ja wenn die weg ist kann man hier ja dann bauen genau ich hab doch gerade was gegessen so ja wenn du am arbeiten bist dann kriegst du schneller hunger ne ja aber ich habe eben gerade was gegessen du musst eine ausgewogene mahlzeit zu dir nehmen ja habe ich doch so ein ein früchte smoothie und wir haben ja nicht so viel und vegane eier gemüse kartoffeln ertrinken habe ich auch nur eins kann ich mir das andere wasser eigentlich nehmen ja gönn dir dafür star 1 süßer versuch was wollte ich jetzt hier so ja ich warte hier vorne auf dich ne ja ich kann mir nur drängen ne merkt man so einmal beim händler da kann ich meine quest gleich abgeben hier ist noch ein stamm hier ist noch ein stamm ach ja im jemini bitte ja da bist du oh hallo hab dich gar nicht gesehen wollen wir wo wollen wir denn jetzt denn einmal zum händler oder hast du noch ein quest äh ja verkrabene vorräte in 500 metern da lang this way sagst du 513 meter ne 530 ne 570 würden wir das erstmal machen dann können wir beides weg bringen und dann lohnt sich das dann komm ich doch mit der ist leer wo bist du hinter mir? neben dir ne du nicht laufen ich will nur zum holz komm ich nämlich nicht mehr hinterher da bin ich heute bei sonntag ey was war das? äh ich konnte was nicht platzieren was willst du denn platzieren? ein baum ähm wenn ich ein böhm wegkloppe dann haue ich da zwei böhm wieder hin in die erde nennt sich renaturieren oh 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 was haben wir hier kann man das eigentlich oh ja gibt papier hier ist leer ah ja ja super sauvage country sind wir hier nicht? hehehe oh man ey es ist noch weit mhm noch hinter mir? ja sind wir bald da? nö sind wir jetzt bald da? nö ich muss mal oh jasmin sind wir gleich da? wieso hast du den Zaun kaputt? holz also ich nenn sowas ja Sachbeschädigungen aber gut gut genau jeden Stein mitnehmen bitte ja ja vielleicht sehen wir ja nochmal einen großen Brocken den wir abbauen können ja egal alles mitnehmen du 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 auch die Büsche jasmin oh 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 geil Gammelfleisch und Nitrat äh kleinen Moment ich muss mal die Katze rauslassen Sunny hat jetzt was neues die klopft an der Scheibe echt? ja echt wenn sie rein will? ne wenn sie raus will ach cool mit einer Foto so bum 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 hm guck ich jetzt ich sag hey was ist das denn für ein komisches Geräusch ja da war ich die Katze die Katze wollte nach draußen gut die eine macht's wenn sie rein will und die andere wenn sie raus will ne die andere wenn sie rein will die springt die ganze Scheibe an da kannst du putzen wie du willst auf 2 Meter 80 Höhe hast du überall Katzenabdrücke an der Wand es wundert mich dass die beim Küchenfenster sitzt die ja manchmal auf der Fensterbank ne dass wenn das Fenster auf Kipp ist die noch nicht versucht hat da durch zu springen ja das ist gefährlich muss man aufpassen ey ja gerade weil sie nicht die sportlichste ist ne die bleiben da hängen alle Katzen das ist für Katzen richtig gefährlich offene Fenster ne ich mein jetzt generell das hörst du ja schon wenn sie die Treppe runter geht oh was hab ich denn hier Reparaturkit Messing Eisen und nochmal Maschinengewehr Stufe 3 ja ist ok ok sagt er ich hab ihn Stufe 6 weißt du und du hast ja Stufe 5 aber das können wir denn fertig machen für den Händler ja schön für dich freu dich ein drittes Ei oder so ja komm her hier ich muss mich erstmal ein zweites freuen na toll ich wollte mich grad startla machen joo hier in den Scheunen waren wir auch noch nicht unterwegs ja ich muss hier aber links lang ah oh Frosche Head perfekt oh mein Stein oh das war auch mein Stein mein Stein ist das noch weit wo geh ich denn hier eigentlich lang ich folge dir ich hier glaub ich nicht lang da ist ein Rucksack drinnen da bist du grad drinnen joo paper äh hier sind ein paar Hundehütten müssen wir wegen Hunden aufpassen vielleicht hier sind Steine wollen wir die schnell abbauen hier kommt eine ja komm her oh war das nicht gemeint du Blöde hat die mir einfach eine geknallt ja ja Strafarbeiter gefangen denn da kommt nie einer da kriecht einer wo denn hinter dir er kriecht direkt auf dich zu Jasmin er wird größer also mit dem Sperr bist du aber nicht so sicher ne äh ich hab auch kein richtiges nix was womit dich nicht zuhauen kann mein ich hab neben meiner Axt noch nicht Holzknüppel oder mein oder mein Knüppel war geil der Baseballschläger weißt du noch ja lang lang ist her lang ist her warte nein es läuft weg so 70 Meter ein Baumstumpf gucken wer den Honig kriegt ich krieg Honig also ich hab den Honig bekommen glaube ich dir nicht soll ich ihn dir zeigen achso da lang nein ich hab da nur die Tasche genommen da lag eine Tasche ist das Stein was du abbaust? ne Kohle warte 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 markierst du ne? ja ne sicher oh hier kommen aber jetzt viele wo wir hier hin müssen hajo durchgelaufen wie beim Football hier ist das Ausrufezeichen ja ich wollte nur den Bandenkrieg-Rocker hier weg machen so so wir sind hier bei Gericht buddel schneller Ruhe im Gerichtssaal geht nicht schneller soll ich dir gleich helfen? ja ich nehm nur noch den Stein hier weg ja so ist noch die kleine Ecke hier cool cool mal gucken wer es zuerst findet du? meinste? ich geh immer nicht so tief ich hab keine Ausdauer ich auch nicht äh wer von uns? ich näher mich du? ja musst du auf den Kreis achten der Schatz ist immer mittig vom Kreis ja man hat bei dir schon klimpern hören ne weil du noch so weit am Rand bist meine ich hm und ich hab keine Ausdauer ich komm hoch öh ich hab auch keine Ausdauer hast du ihn geschafft? ja und ich hab keine Ausdauer spät gerafft weil da oh da ist ja noch einer kein Problem oh kann ich leeren? ähm mittel vom Kreis hier ungefähr ne näher mich dem Schatz oh oh nein ich wollte nicht so tief hier ist er willst du auch darf ich nur reingucken? ich nehm nichts raus aha uuuu geh weg oh oh hier kommen ganz schön viele das ist unser Schatz weg hier man ey ich sag dir das ich hab ne blöde Waffe ja das stimmt ich hab ne Stufe 6 Knüppel hier weißt du ah Knüppel kann ich nicht also Schlagstock meine ich ja jetzt können wir einmal zum hä 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 oh ich bin 9 überladen ey und du? mir zeigt der hier noch die Kiste an die Kiste du hattest das äh du hattest eine Sache nicht mitgenommen? doch ich hab alles mitgenommen oh man boah wo hast du nur weg? äh wie viel bist du überladen? äh wie viel bist du? neun äh 10 ok wollen wir mal gucken wer was hat? ich bin nur 4 überladen äh aber können wir machen ja hast du Lehm hast du Lehm? ja ich auch gib mal her ich brauch das sowieso Papier? ja aber das geb ich dir ok Plastik? kann ich dir auch nochmal geben ja äh äh Shamway Sandwich ey Stein ja brauchst du nen Hut? ne brauchst du Pflastersteine? ja hast du Gammelfleisch? ja nehm ich äh hast du Tierfett? nn hast du Nitrat? nn hast du Knochen? ja nehm ich nehm ich hast du Federn? äh warte mal kurz bin ich jetzt blind? ja hab ich nehm ich hast du Bier? nn hast du Eier? ja Sade cool wenn du nein gesagt hättest äh nehm ich äh soll ich die nicht nehmen? wegen Essen kochen? so das reicht erstmal ich schmeiß jetzt eins raus den Hut brauchen wir auch nicht ah jetzt bin ich zwei überladen ich auch gut aber da kenn ich noch nen Trick wieso kann ich das eigentlich nie verschieben? obwohl ein überladen geht ich will hier nicht die ganze Zeit äh was in der Hand halten so mal hier Blei uuuuuh all you need is Blei du 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 all you need is Blei du hast die Mine geräumt bis ich hier Blei geschrieben hab ey du hast die Mine geräumt bis ich hier Blei geschrieben hab ey die mencionst dalalalala gay lalalala all you need is Blei du 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 all you need is Blei Deine Axt ist kaputt, Jasmin. Du musst sie reparieren. Dafür musstest du jetzt ein Stein opfern. Aber dafür kannst du wieder zuhauen. Amen. Oh mein Gott. Ja, was hast du denn? Wollen wir weiter? Ja, lassen wir erstmal weiter. Wir müssen doch zum Händler. Wo ist der denn nochmal? Blei kann man auch holen, wenn man besseres Equipment hat. Oh, da sind schon wieder zwei Zombies. Hier rechts wollen wir nicht noch gucken. Ja, wir sind ja eh voll. Das macht wenig Sinn. Oh ja. Das war jetzt sehr unauffällig, direkt neben ihm den Baum zu hacken. Erhaltene geteilte Spieler-XP. 628. Ich bin wieder blöd. Tief an Zapfen. Kannst du doch gleich einpflanzen. Mach doch. Wenn da bockt was. Mach ich doch. All the time, Jasmin. All the time. Was baust du ab, Stein? Kohle. Oh. Jetzt muss man was trinken nochmal wieder. Oh, diese Fliege, ne? Ich brauch Haarspray von dir und ein Feuerzeug. Ganz nach Hause im Brand gesetzt, ey, wegen so einer Fliege. Drastische Situationen erfordern. Und dann hast du die wahrscheinlich noch nicht mal getroffen. Ganz nach Haus brennt. Drastische Situationen erfordern drastische Maßnahmen. Die Fliege fliegt einfach weiter. Wie willst du dich sonst gegen eine Fliege wehren? Entweder das oder das Luftgewehr. Oh, das ist ja praktisch. Ich bin schon unterwegs. Nein, nein, nein. Jetzt hab ich ihn oben. Nein, toll. Gern geschehen. All you need is blind. Du, 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 du. All you need is blind. Hier ist nochmal blind. Wenn ich die Fliege erwische, ne? Ist ihr Leben vorbei. Die geht mir aber sowas von auf den Dürndl. Wunderbar. Wolltest du den Stein auch noch mitnehmen? Der liegt ja auf dem Weg. Wir brauchen alles. Oh. Damit ich das, was jetzt aus Holz ist, alles aus Stein machen kann. Ja. Ein bisschen Stein brauche ich später auch noch. Ja, kannst du ja deins behalten. Ne, alles gut. Wir schmeißen alles zusammen. Ich verbrauche meins ja immer gleich. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß, habt ihr schon mal sehen. Aua, warum ich? Weil du läufst einfach so über sie rüber bis auf der Rückseite und sie verpasst mir eine. Ah. Oh, 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 oh. Kadaver. Das hier wäre was cooles. Ja. Gammelfleisch. Wieso kannst du den eigentlich immer so schnell einsammeln? Weil ich eh spamme. Das mache ich ja nicht. Das ist richtig vorwurfsvoll. Was denn? Du Splitscheiße. Sowas würde ich nie tun. Patrick Willis, ich hau dir gleich farren, ey. Alter. Aua. Ein blauer Motor. Mechanische Komponenten. Oh, hier ist noch ein Vogelnest. Oh, zwei Eier. Sehr schön. Endlich mal, was, Patrick? Endlich habe ich mal ein paar Eier. Oh, hier ist bestimmt einer drin. Sehr gut. Schießpulver. Schisspulver. Jammelfleisch. Lecker. Was? Äh, wo bist du? Ah, hier war ich ja schon. Wo bist du? Äh, ich bin kurz vorm Händler. Hä? Oh, ich dachte. Ja. Wenn sie ihn überladen. Nee, ich sechs. Ich war hier am Haus, da gab es gutes Zeug. Den guten Stoff, Patrick. Aber nur den guten Stoff. Ja. 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 War gut, dass ich die Jetons nicht mitgenommen habe, mit dem Wissen, dass ich hierher wollte. Nicht schon wieder. Und auch die Händlerware habe ich zu Hause gelassen. Ah, geil. Damit wir von deinem Loot so viel wie möglich mittragen können. Hm. Ah, ist was kaputter gegangen? Nein, ist es nicht. Wieso wohl? Tada. Sie kommt hier an, ein Schlag, das Ding zerbricht. Naja. Lass das mal die Modi machen. Absolut zerberstet. So, haben wir hier auch eine Tür? Ich mache mir eine. Warte mal, ich musste mal erst mal was trinken hier. Der läuft immer schon weg. Gehst du andersrum? Sehr doof, ey. Okay, Challenge accepted. Verdammt. Komm schon. Reiß deine Lungenflüge zus ab. Verdammt. Jetzt geht das wieder los. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber... Oh, 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 oh. Rade, here you go. Don't spend it all in our place. Ich hole hier unten ein Raden-Tour-Kit. Ah, das geht natürlich nicht. Aber ich kann mir ja schon mal meinen Helm modifizieren. So, ich habe jetzt nämlich auch eine Helm-Licht-Mod. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Ja, meine ist irgendwie abhandengekommen. Ich weiß gar nicht, wie. Sie sich verloren haben oder so. Merkwürdig. Ja, ganz skurril war das. Ich lege die in die Kiste. Und dann gehe ich zur Kiste. Und die ist weg. Und dein Kopf hat geleuchtet. Ja. Man muss ein Zombie geklaut haben. Eine andere Erklärung habe ich da auch nicht. Du guckst ja noch eine Weile, ne? Alter. Ich komme hier mit dieser Zahl immer durcheinander, die da hinter in Klammern steht. Du guckst ja noch etwas länger. Ich komme hier mit der Kiste. Klar. Du guckst ja noch etwas habt. reicht der anlauf nicht oder was sie mal einer an parkour ich habe jetzt auch keine chance kein neuer loot hier hätte ich das gewusst habe ich aber noch noch an honig geholt wird zum ein haben können ich muss sie mir auch meinen dings geben habe ich den das schon gegeben ach so es ging automatisch es kann nicht was denn ich wollte gerade nein ich wollte gerade was töten es hat aber nicht funktioniert ist weg geflogen jetzt geht es mir wieder auf den sack ja zum pascher bin habe ich jetzt nichts weiter leider eisenspitzhacke kann ich mir nicht leisten schade weiß mir die welt berät wasserfilter scharfschütze schlagmann wiegelt wenn schuss geht nur mal kurz ein bisschen durchgucken was hatten wir hier eigentlich trinkwasser behälter wofür ist der gut ach so ich dachte jetzt ich habe denn wie so eine trinkflasche klimaanlage ich dachte ich würde dann so eine art trinkflasche kriegen die ich immer wieder befüllen kann schade kommst du bist du fertig oder was ja ich komm gleich den rest muss ich behaupten parcours parcours gerade so parcours und ja ja Ja. Oh, Ballettpanzer. Was eine wunderschöne Psygarette er gedreht hat. Oh. Dachte eben schon, der gehört zum Gebietsschutzblock. Bist du... Ja, du stehst da noch. Ich bin doch schon da. Was ist denn los? Schaffst du das nicht alleine? Nein, ich hab Angst. Ich komm hier nicht runter. Was jetzt? Ich bin acht überladen. Kannst du mal hierher kommen, zur Kante? Warum? Okay, warte. Du musst mich fangen. Au! Au! So, und jetzt? Ja, Taschen leermachen. Ich hab dir vertraut. Ich... Oh, ich hab noch gar keine Quest angenommen. Komm gleich wieder. Gib dich zum Sammelpunkt. Es ist mit dir immer das gleiche, Patrick. Mit deiner blöden Quest. Das kannst du so aber nicht sagen. Ach. Bist du jetzt fertig? Ja. Also jetzt erstmal die Sachen wegbringen. Ja, ich würd sagen, damit wir wieder Platz in den Taschen haben für neue Abenteuer, neues Material, bessere Lootkraft, ne? Was ich nach dieser Folge machen werde, ist, ich werde das Haus anzünden. Um die Fliege zu beseitigen. So. Bettchen, Bettchen, Bettchen. Ja, ist alles leer hier. Alles leer. Oh, Papier mitnehmen. Ein bisschen Plastik. Habe ich ein Ausdauergetränk? Ich baller mir mal ein Bier rein, oder? Kann ich aber laufen wie so ein Tier, doch. Da merke ich keine Müdigkeit, keine Erschöpfung. Das sind Fremdwörter für mich. Boah, ey, wie langsam bist du denn? Ich hab schwere Knochen, Jasmin, ja? Du weißt das. Nein, weiß ich nicht. Jo, zwei Punkte. Uh, uh, ich bin Level 28. Ich bin Level 27. Ja gut, du hast viel gebaut, ne? Aufgewertet. Hase. Danke. Äh, nicht du. Weil der muss stehenbleiben. Ich treffe den sonst nicht. Mensch, jetzt bleib doch mal liegen. Nein. Ah. Wenn ich sag, du sollst liegenbleiben, bleibst du liegen, Digga. Äh, ich krieg Hasi nicht. Ich folge einfach der Spur aus Leichen. Um dich zu finden. Hm. Hä, hä, hä. Wie geil er hier am Geländer chillt. Ja, ne? Er hat mich auch dumm angeguckt. Hä, hä. Bist du da? Ja. 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 Meine Punkte. Ich hab auch welche gekriegt. Ich weiß, geteilte Spieler XP. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Links. Äh, ich war. Hier kann man mit Schicht auch irgendwo rein. Rechts war ich drin, links nicht. Äh? Ich sag, hier waren wir auch noch nicht drin, links. Ich war da drinnen. Rechts. Ja, ich hab die Gebäude gerade vertrauscht. Weil, äh, auf der anderen Seite ist quasi das gleiche. Ja, links und rechts ist schon ganz schön schwierig, ne? Ja, es heißt immer, links ist da, wo der Daumen rechts ist. Aber... Ich hab zwei. Ach, Gottes. Naja. Wie auch immer. Schön. Wir sind zu Hause, Jasmin. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Hab ich denn überhaupt alles? Bin da. Wer noch? So. Brauche ich selber. Äh. Muss erst mal hier ein bisschen schauen, was ich jetzt eigentlich gesammelt hab. Oh. Kuris. Oh, der Rest ist schon unten. Das geht aber schnell, heute hier mit wegräumen. Oh. Oh. Da. Da 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 da. Da da da. Da da da. Da da da. All you need is play. Du 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 Hier unten war nix mehr, ne? Ne Jetzt haben wir noch Stein Bei uns Hier und Plastik Achso und Lumpen hab ich auch noch hier Lumpen, lass dich nicht lumpen Ja, nice, nice, nice Hier die Ernte ist auch schon erntereif Einmal, äh, Kohle hab ich jetzt oben mit reingepackt gehabt, weil Wegen, äh, Schießpulver denn machen, ne? Ne, lass mal alles, äh, auf einem Haufen, dann sehen wir ja Ja, 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 lass Halt die Kuschel Öl, wo kommt Öl hin? Äh, äh Rechts oben, glaub ich, ist das Hab ich, hab, hab ich denn eigentlich für Schuhe an? Ah, warte mal Oh, raus da Ja, Entschuldigung Ne, das ist nicht zu entschuldigen Okay, dann tut's mir nicht leid Ja, ich weiß Selber schuld Ich hoffe, du lernst daraus So, jetzt hab ich nämlich Stiefel Reicht mir jetzt mit dir Und du kommst erst wieder hoch, wenn du überlegt hast, was du getan hast Kannst mal drüber nachdenken, Jasmin So nicht Was ist das Was ist das Du hast Äh Äh Ja, komm Lassen wir ihr das Wasser So So Einmal richtig einreinbrüllen Hier Richtig einreinblubbern Diese Fliege macht mich verrückt Die fliegt mir auch immer ins Gesicht Die fliegt mir auch immer ins Gesicht Ich würd am liebsten zuschlagen, aber Raust du dir voll ins Gesicht Mit der Faust Ja, mach, mach Mit Schlagring Alle 10 raus Ich hab die Fliege erwischt Lande nochmal auf meiner Hand Hä? Ach da Mensch So Danke Das war's Mit dieser Folge für heute Wir sehen uns morgen wieder Wenn's euch gefallen hat, lasst gern ein Like da Schalt morgen wieder ein Wir würden uns auf jeden Fall freuen Bis dahin macht's gut Ciao